Das hier ist größer, als es sich irgendjemand vorstellen kann. Wie konnte ein Nazi in die Staaten gelangen? Das... Wie konnte ein Nazi in die Staaten gelangen? Das... Wie konnte ein Nazi in die Staaten gelangen? Das... Wie konnte ein Nazi in die Staaten gelangen? Das hier ist ein Nazi in die Staaten gelangen. Das hier ist ein70er Vertraue und glaube, dass die Staaten gelangen können. Um aber nicht so hart, was er immer gesehen hat? Da hat er einen integriertenen Vorfeld vite durch. Aber das ist schon ziemlich besonders sechs jeeren Roosevelt. Da war ein Muss noch mit das Internet gelangen! Vielen Dank. 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 So, Gut. Okay. Manchmal schwindet mich meine Anzeige für mein Mikrofon. So, erstmal mein Stream Deck wieder aufmachen. So, okay. So, ich wollte direkt mit dran anfangen. Deswegen, ich habe bis vorhin erst das Problem mit dem Mikrofon gefixt und jetzt habe ich den Ausschlag schon wieder nicht gesehen. So, das Mikrofon sitzt jetzt aber richtig. Jetzt bin ich mir nicht gerade so ein bisschen erschrocken. Ich dachte echt, ich habe schon wieder das Problem. So, Attacker. Oh, ich habe keinen Bock auf Kiste. Ich habe den letzten Zager so aufgespielt. Was habt ihr denn so gemacht? Die ganze Woche. Mann, wir werden immer Jackal. Ach, Simon Diva, aber mir ist das egal. Mir ist halt Wumpe. Aber Jackal wird immer gebannt. Das ist schon gar nicht mehr richtig Einfallsreich. Wie ordinär. Die Band, Tata, wir Band Bandit. Ganz einfach. Ich bin gespannt. Wie es wird. Ich bin gespannt. Wir haben Fast, Hard. Nehme ich mal Monsieur Zero. bei complicated sind. Sah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es gibt auch quiet. Bis zum nächsten Mal. So, ich werde dann nachher noch ein bisschen Morgensport machen, also mein Stream wird jetzt nicht so lange gehen, weil ich davor habe, zu trainieren, Kuppel kommt vorbei, ja, wir sind nur zwei Haushalte. Oh nein, ich will mit dem tanzen, ich wollte mit dem tanzen, man. So, ich überlege noch, wenn ich noch einkaufen muss, ich hätte mir heute mal so ein externes Mikrofon kaufen, für meinen Streaming-Rechner, ein externes Mikrofon, ist doch komisch. Hast du da gerade an seinen Kumpel getötet? Mach doch bitte mal ganz ruhig, ja? Danke. Wo war der? Oh, der war an. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Komm, hier, Banner. Go. Ein kleiner Raum. Letzter verbleibender Gegner. Und das kleine Raum. Einer vom eigene Kumpel verbleibend. Getschockt, gechockt. Harbin! Und ich war schon langsam. Die Kameras waren jetzt auch nicht für mich, die waren für meine verblichenden Teamkameraden. Nehmen wir mal die Nomad. So, aber wie geht's euch denn so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt gut geschlafen, es ist schon Freitag, Wochenende ist da, können also losgehen. Ja, ich hab, wenn's alles gut läuft, nur noch eine Woche dann Kurzarbeit und dann macht mein Studio wieder auf, dann kann ich wieder arbeiten gehen. Wir müssen eine Bombe aufführen. Ja, ich sag euch, auf Dauer ist so Kurzarbeit nicht so prickelnd. Das ist nicht für den Geld, was man weniger hat, sondern... Oh nein! Okay, scannt. Sondern einfach, ja, irgendwann fällt die Decke auf den Kopf, ja, und den ganzen Tag zocken ist auch nicht so... Die Bewegung fehlt einfach, ne? Also ich meine, ich trainiere zwar, ich hab alles im Keller... Aber ich hab halt, wenn ich im Studio bin, hab ich halt, ja, acht Stunden durch die Gänge laufen, aufräumen, etc. Das heißt, mir fehlt ordentlich Bewegung und ich setze langsam wieder Bauch an. Das ist schon ein klein wenig nervig. Deswegen freue ich mich auch wieder, wenn ich wieder arbeiten gehen darf. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, was die Regierung so angeht. Ob die das vielleicht doch wieder verlängern werden? Mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Boah, eigentlich nicht was. Hm, super, Dustin. Teuer gemacht, Dustin. Zielen kannst du, Dustin. Na, der ist schon drinnen. Lass mich... Nein, eine Pest. Ich hab keine Finger mehr. Ah, fuck it. Okay, gehen wir da lang. Gehen wir halt außen rum, ne? Jetzt kein Problem mit. Hallo? Oh, da oben! Hockt die da oben? Das gibt's doch nicht. Er! Oh! Hab ich auch nicht gecheckt. Miestkerle. Aber mein Team soll das hinkriegen. Der Entschärfung wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ein Gegner verbleibend. Mein Team sollte es hinkriegen. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Oh! Er schreibt! Wie ist halt? Lange. Da kommt mir der Kopf. Wechselmagazine! Hm. Oh, ist jemand in meine Ladung gerannt? Ja. Schön platzieren. Jetzt wäre eine Clamer ganz gut. 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 Job, guys. Kommt da sneaky sneaky um die Ecke hier rannt. Äh, 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 äh nicht hier rannt. Geschlichen. Naja. Wie ist halt so? Ähm... Schlucht. Diesmal hocken die bestimmt unten. Ich nehme hier mal ein Putze. Nehmen wir aber die AK mit. Wobei... Dicke Eilern geht auch nicht schlecht. Ein kleines Unterdrückungsfeuer. Ich finde auch, wenn du hier in dem Spiel halt Waffen mit größerem Magazin hast. Das ist in vielen Spielen natürlich so. Selbes Spot schon wieder. Dann hast du natürlich... Nee, ist auch ein anderes Spot. Und ja, schießt es echt mal gegnerlich tot. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ah, ich folgte ihn. Ich sah, ich folgte ihm zwischen die Beine. Und dann mal gucken, was ich so anrichten kann. Oder die Valkyrie. Einsatz in 5 Sekunden. Ah, ich habe vergessen zu wechseln. Egal. So, ich will hier rein, weil ich will das Ding wegsprengen. Gut, der macht ein bisschen Trouble. Der rennt ein bisschen rum. Ach, wobei, wenn der oben schon soweit gecleared hat, ist das glaube ich nicht verkehrt, wenn ich mehr nach oben gehe. Einmal durchladen. Okay, da oben hockt einer. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Am Nachlass. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe den Kaptein erwischt. Ich habe den Kaptein erwischt. Ich habe den Kaptein erwischt. Fünfzehn Sekunden übrig. Es bleiben noch zehn Sekunden. Hm, nice job. Sorry, guys. Nice job, nice job. Ah, ich wollte da mal richtig rein stürmen. Aber... ...die few Sachen... ...zwei gekillt. Kann man hier meckern. Hat soweit Funktion gekillt. So... Ich finde ja den neuen Taranka echt super. Gab keine Sinder-Defense, aber mein Main. Ich finde seine kleinen Spielchen ganz gut. Ich spiele den ganz gerne auch mal als... Hm... Ich roame mal so auf Bratouille. Und nutze dazu gerne meine Fallen. Das machen bestimmt viele. Aber ich mag das halt einfach. Wenn du dann verfolgt wirst... ...hast du deine Fluchtroute am besten schon geplant. ...und natürlich mit den Fallen dran. Und dann... ...kommen die hinterher und... ...ja... ...dann war's das für die. So, meine Jungs dürfen gerne... ...ähm... ...das... ...verbarrikadieren vornehmen. Gucken ob das mit dem Fenster hier funktioniert. Ah, schade, hier geht's nicht. Ah, ich höre, wie das sind Schritte. Ich mache gerade mal den Aufklärer. Granaten werden feuern. Der schießt sich ein Fenster. Kann man machen. Gerade wenn man Taranka hat, die, ne? Hm. Ich mache lieber. Ich mache lieber. Sterbe, Schumika! Schumika! Schade-Magazinach! Letzter verbleibender Gegner. BATZJUNGE! BATZJUNGE! Nice, nice, nice! Nice! Dann gehen wir mal in die Lüftung! So! So! Was machen wir noch? Ich bleib bei Capcan! Was habt ihr denn bisher so gemacht? In der ganzen, naja, Quarantäne-Zeit jetzt? Lockdown? Nicht Quarantäne, Entschuldigung. Ist ja nicht eigentlich immer alles Quarantäne. Keine Sorgen mehr wegen der Kammer. Hm, falsch gelaufen. Magazin leer, ich wechsle! So! Den größten Fehler, den ich finde, den viele Capcan-Leute machen. Die bauen immer nur... ...die Sachen... ...dahin, wo die Bomben sind. 5 Sekunden. Gesichert! Die kommen bestimmt von hier. Lass' ich zu. Es bleiben 5 Sekunden. Können die gerne machen. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Fried scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Hier machen wir dich. Der hat sich da was aufgebaut. Uah! Der I ist ja schon offen. Krematen präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Krematen werden gefeuert! Na komm, zeigt sich jemand oder nichts? Schießen können sie ja schon wie wild. Die Dörte, Schumika! Der zerrankert richtig Spaß damit hin. Da kommt bestimmt noch einer. Schade, zu hoch. Ich wollte nur, dass ich nur den Kopf sehen kann. Schade. Hat doch gerade jemand gegen den... Der hat mich... Der will mich schon rauslassen. Oder so. Na, es kommt. Wir gehen ihn alle holen. Du wurdest entdeckt. Gegner eliminiert. Mission Erfolg für eigener Kommen. Okay. Er hat ihn gekriegt. Huch, hat er Glück gerade, wo er den Claymore packt! Oh. Oh. Nein, hier, Tür. Ja. Ja. MVP, Junge. MVP. Bummabumm. Bummabumm. Ist da Silber 1, Junge? Nächste Match suchen. Nächste Match suchen. Oh. Oh, 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 oh. Stopp. Halt, stopp. Ein Paket. Ich mach die immer gerne auf. Ich mach's auch mal extra langsam für euch. Ne, wieder zu machen. Ne, 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 ne. Okay. Baut auf. Gut, 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 gut. Was willst du machen, wa? Ich find ihn aber gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Find ihn gar nicht so hässlich. Okay. Aber werde ich eh nicht nutzen. Hab schon Skin dafür. Operators. Neck spiel ich auch gerne. Deswegen hab ich natürlich auch den Skin mir geholt. Hat die Knarre kein Skin? Oder ist das grad nur ein Anzeigefigur? Eigentlich bin ich der Meinung, ich hab dir ein Skin gegeben. Naja. Bannphase. Café Dostoyevsky, Bank, Freizeitpark. Ja, die anderen beiden machen mir mehr Spaß. Freizeitparkbahn, was soll's. Es wird Café Dostoyevsky. Okay. Sehr schön. Start der Operatorbandphase. Operator, Operator. Ja, wir sind Verteidiger, Thatcher weg. Weil die natürlich Thatcher abgeschwächt haben. Und selbst wenn er nicht gebannt wird, wird er auch kaum noch gepickt. Weil er halt nicht mehr zerstört, sondern die halt wirklich nur noch die Gadgets alle ausschaltet, ne. Immer noch stark, versteht mich nicht falsch. Also ich find's immer noch ziemlich stark, weil, äh... Ja, weshalb, du kannst die genannte Safe reinwerfen, wenn nicht abgefangen wird, na dann sind die ganzen Geräte mal kurz aus und dann Kameras aus. Und dann kann man da vorbeihuschen. Finde ich gut. Immer noch. Aber ja, jetzt natürlich durch die ganzen Defender, durch die Verteidiger, ähm, die alle jetzt auf Gadgets setzen, der elektronische. Ja, macht das dann keinen Spaß, die zu picken als Verteidiger, wenn da eben der Thatcher im Jäger kommt und alles kaputt wirft, bevor du damit überhaupt Schaden anrichten kannst. Also, ähm, oder die Gegner aufdecken kannst oder was auch immer. Finde ich von daher eine, ähm, gute Entscheidung. Ah, Marke, wäre er weg. Wenn keiner Echo spielt, spiel ich Echo. Spiel ich auf Kaffee, doch zuerst die Tatsache gerne, gerade wenn du oben bist. Ne, kennt man ja schön, Wände verstärken und dann ab in den Freezer. Auch unten. Na, da würde ich nicht unbedingt in den Freezer reinhängen. Reinlegen, reinhängen ist, nein. Also, zack. Mira ist hier aber auch nicht verkehrt. Ich spiel Mira. Nitro-Handy. Nehmen wir mal, äh, hier Annäherungsminen. Ich weiß, ich spiel immer mit Nitro-Handy. Ja, ich spiel auch jetzt mit Nitro-Handy. Also, jetzt. Ich spiel hier auch jetzt mit Nitro-Handy. Melusi. Die finde ich sehr gut. Ich spiel die zwar selten. Wenn du aber in der Nähe von ihrer Fähigkeit bist, ist das natürlich sehr stark. Weil die Gegner dann... Mittlerweile natürlich... Die ist jetzt lange genug draußen, dass die Gegner... ...weiß nicht sofort das Teil suchen, wenn da drin gefangen ist. Um es zu zerstören, sondern immer erstmal die Ecken abgucken. Aber dennoch ist das, meiner Meinung nach... ...ziemlich. Jetzt aufpassen, dass ich den nicht wegrotze. Wir kreuzten mir erstmal die Dinger hier kaputt, falls die runter ist. Es bleiben noch 10 Sekunden. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Ich wurde entdeckt. Warum denn sowas? Meine Bombe lokalisiert. Benzi, bereit gemacht. Wie sieht ihr genug aus? Sie wird nicht lange nach! Von mir war's kein Dinger hocken. Heiho, how are you? Mit der Generation nicht, dass die mich da reinfusen. Befestigt! Was ist hier passiert? Hocken die aber schon oben drauf? Ja, Tatsache. Ich bin ja auch so blöd in Gucken, ne? Der hat ja gerade ernsthaft freundlich Feuer gemacht. Na super, das ist's natürlich. Ich bin ja auch so blöd. Hallo, Mann! Wie ist das denn? Ich bin ja auch so blöd. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Egal! Noch ist nichts verloren. Das kriegen wir alles hin. Nochmal! Aber diesmal mit einem anderen Setup. Und zwar Frost. Der kann ja gerne versuchen, da auch nochmal durchs Fenster durchzukommen. Kann er gerne versuchen. Eh! Die Nase. Oh, die sind nur noch zu viert. Ja, Fuse ist meiner Meinung nach immer noch stark. Die Bomben sichern. Also Nerv mit den vier... Finde ich gut. Mufflich Nerv. Entschuldigung. So, Falle liegt aus. Schädling eingesetzt. Warte auf Ziele. Schädling bereit. Wo sind ihr Kumpel? Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Kumpel. Kumpel. 10 Sekunden. Ist doch irgendwo mal eine Drohne geflogen. Es bleiben 5 Sekunden. Waaats. Kumpel. 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 Ja. Kumpel. 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 Oh, das wird ziemlich brennend. Warum verstärkt hier eigentlich kaum einer? Ja. Die Trapper müssen rumlaufen und abtrappen. Dann sollten doch wenigstens so Enke Operator wie Tachanka das irgendwie machen... Jetzt ist er auch nur rum. So, das hier ist safe. Das haben wir. Oh, der hockt hier in der Nähe. Der hockt hier in der Nähe. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ja, komm, ich war da drauf. Man. Was hat der denn für einen Schweine? Ich hab ihn gehofft. Vorsicht! Granaten werden geworfen! Ein Gegner verbleibt. Wir lassen uns auf der Seite. Was? Auf der Seite, auf A. Hier oder A? Ey. Schön. Applejack, Han. Crystal Ritz, WTF, was that? LOL. Garnetis Wagen. So, jetzt sind sie aber wieder fünf, ey. So, ein knapper Siegler da. Ja, ich hab gesagt, ich würde Echo spielen, aber... Kapkan ist einfach mein Main. Ich mag den. Und Echo spiele ich auch eigentlich nur ganz gerne, wenn mein Bruder und Mike mitmachen. Damit die mich verteidigen. Ja, wenn ich dann auch wirklich weiß, das machen die auch, weil... Ich glaub hier... Ich vertraue denen nicht, sagen wir mal so. Es sind vier Randoms und... Das geht schon dabei los, dass sie nicht verstärken, wo sie verstärken sollen. Ich gar nicht. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Hinterhalt gelegt. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Es bleiben noch zehn Sekunden. Genau. Schön dicht machen alles. Nur noch fünf Sekunden. Ganz dolle wichtig. Gerät wurde platziert. Bombe vom Gegner entdeckt. Wir haben gemacht. Gerät ist platziert. Stacheldraht wird ausgelegt. Eingang präpariert. Nicht in den Explosivbereich. Da oben hat bestimmt keiner zugemacht, oder? Doch, haben sie. Ich bin positiv überrascht. Upsi. So, kann er ja gern nehmen, wie sie haben, wenn er will. Dann gehe ich mal nur irgendwann weg. Schön. Du bist aufgeflogen. Nein, nicht alle gleichzeitig peaken. Das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. Zerstör nur nicht meine Zugangssperre bitte. Da war er. Da wird gerade gestartet. Da wird gerade gestartet. Da wird gerade gestartet. D4 platziert. Abfeuert. D4 bereit. Da wird da hin. Einen Gegner verliebt. Aste. Ja. Hier. Ein Gegner Milch. Schönes Loch weggerotzt Wer auch immer das Loch da gemacht hat, danke dafür Kurzarbeit und das dienen hat hoffentlich bald ein Ende Aber wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr denn auch irgendwie Kurzarbeit machen müssen? Erzählt euch mal was Mal noch mit Was haltet ihr denn eigentlich davon, wenn man jetzt vier Wochen zu Hause sitzen muss? Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Auf nach oben, nehmen wir Treppen rauf Diese schönen Stahlkanten verstärkten Treppen Dann haken wir bestimmt Ja, das war nicht so gut Verdammt Trampico in Kitchen, be careful Be careful Und der zweite Flur Auf Piano Rück zur Bombe vor und entschärft sie Boah, das dienen wirklich Das war die Chance Sehr gut Ja Nutzt eure Drohnen Das sag ich Mach ich auch oftmals noch viel zu selten Ich weiß Einer vom eigenen Druck verbleibt Geh 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 Fuck! Mann! Ha, deswegen ist er weggeflogen. Weil er auch schon reingerannt ist. Aber ja, ich hatte keine Munition mehr. Die Knarre ist gut, aber diese 20 Schuss haben mir gerade das Genick gebrochen. Jetzt will der natürlich spielen. Nun, äh, gut. Nimm ich die Gridlock. Die spiele ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag ihre Fähigkeit sehr. Wird, glaube ich, von vielen unterschätzt. Ist aber gerade, wenn man natürlich jetzt Roma ausbremsen möchte. Oder vielleicht schon die Bombe platziert hast. Sehr, sehr praktisch. Ich meine, das habe ich schon mal gehabt. Ein, zwei Mal, drei Mal. Das ist nicht so häufig, leider. Aber, ich kenne mich schon einige von euch, die Gridlock auch schon gespielt und gesehen haben. Wenn du platziert hast und den Raum voll mit diesen Stacheln hast und der Gegner ist Looper Lowlife, ähm, ist halt easy going. Ja. Na, komm. Ach, schade, geht's nicht hoch. Zeige er sich vielleicht noch mal. Ich lade ein frisches Magazin. Lalalalalala. Ich gehe jetzt langsam voran. Drohne einsatzbereit. Ich übernehme jetzt den Raum. Kämpft der der Tatsache? Oh! Die ganze Zeit, die sind nur für zweit. Mein ganzes Team ist drin und der kämpft da. Der verbleibende Gegner. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Abril er nicht. Ich will behaupten, die haben den schon gefunden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Schön. Kämpft der wirklich da oben auf der Galerie? Es gibt so... rüpp. Ja, rüpp. Jetzt klaut er mir mal den Nomad. Nehmen wir doch die. So was ist das eigentlich? Ich glaube ein bisschen weiter oben sieht das besser aus. Dann könnt ihr mein Gesicht besser sehen. Und los gehts. Jetzt suchen wir mal die Bombe. Wenn ich drücke die Knopfe und die Bombe. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hä. So schon mal eine Drohne hier im Freezer zu haben ist gar nicht so verkehrt. Ich starte aber nicht allein weil ich gehe mit den beiden durch. Die brauchen meinen Support. Ja, mit Doggobee die ist natürlich jetzt kein... Äh! Single Pusher. Die machen gerne Spawn Kills. Ja, die gucken gerne. Zing erstmal ruhig anfangen. Entschärfer wurde zurückgeholt werden. Ja, hebe ich mir noch auf. Telefon zerstört, na super. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Entschärfer ist jetzt gesichert. Der Entschärfer ist nicht mehr. Der Entschärfer ist nicht mehr. aber dann wäre ich nicht mehr hab ich überhaupt geschossen? nee, sonst wäre er tot ich war ja drauf ja, Tatsache hab ich zu spät geklickt verflucht noch eins ja, ich geh da ja auch durch ich bin ja auch so schlau, da noch mal rum zu picken, esse nutzt doch den gelben Ping, damit ich nicht weiß, dass sie gefunden wurde isst du? ja, das sind zwei Vertical-Spieler die sind... äh... Charaktere ja, das sind zwei Vertical-Spieler die sind... äh... Charaktere ja, das sind zwei Vertical-Spieler diese Musik, ey, wirklich das passt oftmals gar nicht in Rainbow rein ja, weiter nice Entschärfer wurde erneut gesichert 15 Sekunden übrig Druck, 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 Druck kommt schon Lungschafter Druck aufbauen, Druck aufbauen rein 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 Leck hier vorne sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Warden spiele ich aber auch gerne aber wir hatten halt keine Blend dabei, ne das ist natürlich dann doof aber ich, als er rauskam und auch immer noch ich spiele ihn wirklich gerne, ich mag das dieses Anti-Blenden, ne ich finde das wirklich sehr, sehr gut ich finde das wirklich sehr, sehr gut so eine Runde mach ich noch und dann, ähm, muss ich mich fertig machen für Sport zwei Spiele, zwei Siege, das ist gut ähm langsam komm ich wieder rein ja, also wenn man den ganzen Tag immer nur Valorant spielt dann ist das Aiming, das Gefühl, ja von Aiming, echt komisch ne, gleich, da hab ich ein Skin drauf ja, also als ich jetzt vor vor zwei Tagen angefangen habe oder vor drei Tagen wieder mit Mark zu spielen du, ähm ganz ehrlich mein Aiming war von Rotzen das hat sich auch richtig komisch angeführt, ne ist viel träger als bei Valorant ist logisch, das ist ein bisschen realistischer ist ja klar aber, ähm machen wir ja mittlerweile bin ich ja drin jetzt hab ich Angst wieder, wenn ich nachher wieder mit den Jungs Valorant Rangliste spiele, als ich dann wieder ein scheiß Aiming hab mal gucken mal gucken mal gucken so, wen bannen wir denn jetzt, sind Verteidiger hier, komm, Thatcher oder Jekyll Thatcher weg, genau nicht Jekyll Jekyll wird immer gebannt und das ist so ne Sache A ich find so ein Bannsystem gut und ja, es gibt Metas der wird immer gebannt, der, der und der aber ich find's auch schade, weil ja, Jekyll kam halt raus und die Bann sich als Reservajekyll und die kannst du eigentlich nicht spielen in der Rangliste oder auch im Rangleich die kannst du nur in einem schnellen Spiel spielen und dafür ist die Knarre zu schade und auch das Tracking, das ist ja schon schon anders gemacht worden der wurde ja schon ordentlich genervt aber trotzdem wird der immer noch gebannt und ich find das schade hast du so halt Charaktere, worauf wir clash gut, gestern hatte ich kurz ne Runde gehabt da hat ein Teammate-Clash gehabt das war aber kein Ranked aber ohne Rang ja und ja, wie gesagt das sind dann so Charaktere, die halt so gut wie nie in Einsatz kommen Entschuldigung manche kommen glaube ich auch gefühlt nie in Einsatz also das ist schade wirklich schade, find ich ja, viele sind nervig aber man kann ja Clash-Countern Jekyll dafür haben die jetzt ähm hätten wir jetzt Thatcher nicht gebannt hätten die wen anders es gibt viele, jeder Charakter ist auf seine Art und Weise gut ich nehme mal Lucy oh, der Taranka-Skin ich finde ja Taranka hat endlich der Lord hat endlich seinen Legendary-Skin bekommen und das verdient ich mag ich mag auch seinen Rework ich fand das vorher auch schon cool mit dem stationären LMG ja, der wurde halt nie gespielt ich hab ihn ab und zu aber auch mal in Ranked gespielt und auch erfolgreich weil wenn der dann mal rauskam ja, wenn der dann auf einmal da stand und das halt ein Charakter der so gut immer wie gespielt wird hat natürlich den Vorteil wenn man ihn dann mal spielt wissen die Gegner auch mal gar nicht was sie machen sollen äh, kann ich ja machen kann ich doch machen, Mensch hab da keine Zeit mehr es bleiben 10 Sekunden es bleiben 10 Sekunden hat er gefunden? 10 Sekunden noch Toyskarten der Gegner hat eine Bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit Wechsel auf Magazin Banshee eingesetzt so ich würde eigentlich gerne hier rausgehen ja ups Zugang verbarrikadiert aber beim 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 3, 4 eingesetzt. Nachladen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner entscharfen eine Bombe, der Entschärfer muss deaktiviert werden. Was mache ich denn da? Ich höre die Schritte irgendwo, ey. Dann gucke ich weg. Hätte ich da nicht weggeguckt, hätte ich den bekommen. Das ist die Idee, was machst du denn? Aber gut. Okay. Okay. Felix Lopez. Ihr macht jetzt da die Wand dicht, ich mache hier oben dicht. Die wollen R spielen. Fuck, haben die eine Twitch? Hab ich ja gerade den Twitch runter gehört. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Nachladen. In diesem Reichssperrer Vs aktiv. Soll sie überkommen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Hinterhalt gelegt. Der hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hatte ich da nicht was gehört? Hatte ich da nicht was gehört? Habe ich. Gehen wir heute durch die Server durch. Sorry. Ich glaube, das ist aber nicht ernst, dass ich hinten in der Ecke hacke, oder? Glamaten werden gefeuert. Ich wechsle das Magazin. Ich sitze auf den Trockenen. Wir machen wir heute einen kleinen Rundgong gehen durch das Gebäude. Zwei R�keis. Zwei R�keis? Oh, hängt der da eigentlich am Fenster? Das gibt's doch nicht! Kapital, hast du nichts Besseres zu tun? Tatsache, der hängt da die ganzen Tage am Fenster, das gibt's doch nicht! Ich hab keinen Fallen vor der Win! Mission gescheitert, eigener Operator gefallen! Aber was gibt's doch nicht, wieso hängt der denn da den ganzen Tag am Fenster? Wirklich, Leute! Spieltards! Alles klar, kein Problem! Wo sind wir jetzt rum, ne? Alles gar kein Problem! Kriegen wir alles hin! Wir müssen nur jetzt die Defense hinkriegen! Nehmen wir mal Wamei! Da die ein Kapital spielen wollen, ist das glaube ich gar nicht mal so verkehrt! Savior, yes! Astorici! Den Bereich sichern! Die Bomben weiterschönen! Den Bereich sichern! Magnet ist geworfen! Hier mache ich dich, damit die hier nicht einfach reinkommen! Fliegt zur Polis! 10 Sekunden! Wollte die Werfer noch nie aus gerne geraten, oder? ... zum Angriff bereit machen! Nur noch 5 Sekunden! Magnet geht raus! Magnet online! Zugangssperre an! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert! Eingang präpariert! Tür verbarrikadiert! Wir müssen uns Radius kommen! Setze Schild ein! Setze Mine ein! Ich bin bereit! Genau! Ich wechsle das Magazin! Hat er sie erwischt? Aber gerade vor allem gerade, wo ich loslaufen will, weißt du? Gerade vor allem gerade, wo ich loslaufen will, weißt du? Das war echt unlucky! Dass die ja schon drinnen war und genau dann natürlich aufschlägt, wo ich da gerade loslaufen wollte! Ah, willst du machen, ne? Ist halt so! Doch! Hallo? Ist mein Mikro schon wieder aus? Kann das sein? Ich muss das mal ganz kurz hören! Hallo? 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 Auf! killein! Oh, mein Mikrofon heißt nicht aus! Aber mein ... ähm ... der schlägt nicht aus, wenn ich quatsche. Komisch. Ah, von mir aus. Hauptsache, es ist an. Hauptsache, es ist an. Ich habe immer mal einen Ausschlag jetzt. Ich werde jetzt meinen Ausschlag immer am Blick hier, wenn es ausgeht. So, ähm. Bitte lasst sie oben schwimmen. Ich bin trotzdem ganz oben in die Punkten. Ja, dann müsste man eine Hardbreach nehmen. Take one. Es ist immer geil. Die. Ja, richtig. Weißt du, die nehmen ihren Charakter. Die wollen unbedingt diesen einen Charakter spinnen. Und meckern dann rum, wenn irgendwas nicht gepickt wird. Das ist bei Valorant ja auch so. Und. Da meckern sie einen voll. Ja. Da meckern sie einen voll, aber sie dürfen ihren Charakter spielen, nicht wahr? Ja, das ist, ja, das ist, ja. Ich meine, ja, wir hatten die nicht dabei, aber. Mann, das muss nicht sein, meiner Meinung nach, weißt du. Ich finde, jeder sollte so einen eigenen Weg finden, das Spiel zu spielen. Ich finde, jeder sollte so einen eigenen Weg finden, das Spiel zu spielen. Ja, jeder sollte so einen eigenen Weg spielen, finden, das zu spielen. Ich finde, der Charakter muss zurückgeholt werden. Ja, ich wurde entdeckt, ich weiß. Hör auf zu quatschen, man! Waren wegen Stairs, Alter! I saw him! Eignotrug hat Gegner eliminiert. Mit der Morte cleveren? Tja, du musst! .. .. .. .. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin jetzt oben drücken. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin jetzt oben drücken. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ich wollte mal was probieren. Ich habe mir nämlich da was Neues eingebaut. Das müsste jetzt nur noch auftauchen. Da ist es doch. Okay. Ich werde jetzt noch ausmachen. weiter, ich werde jetzt noch. Ähm, warte kurz. Weiter nach rechts wird das sehen. Genau, ich werde das noch ausmachen.